Hallo liebe New Mover! Nach der Belastung oder nach langem Sitzen, zum Beispiel nach langen Autofahrten oder Reisen, empfiehlt es sich, unsere Faszien mit der Black Hole zu bearbeiten. Das macht man ein bisschen anders als vor der Belastung, nicht dynamisch, sondern diesmal machen wir es ganz punktuell und suchen uns gezielt unsere Trägerpunkte und verharren an dieser Stelle. Das wirkt wie eine Selbstmassage, fördert die Durchblutung und löst Verklebung in den Faszien auf. Ich zeige euch das mal anhand von unserem Oberschenkel. Wir legen unsere betreffende Muskelgruppe auf die Black Hole, stützt euch ab, damit ihr nicht zu viel Belastung drauf habt und fahrt langsam am Muskel entlang und sucht euch eure schmerzhaften Stellen. Das kann teilweise ganz schön wehtun. Wichtig ist, dass ihr auf einer Skala von 1 bis 10, wenn 10 der schlimmste Schmerz ist, maximal eine 7 erreicht. Alles was mehr als 7 ist, ist kontraproduktiv. Wir verharren an dieser Stelle, bis sich der Schmerz verändert, von Stechen zu Dumpf und dann suchen wir uns den nächsten Punkt. Halte dich jung und leistungsfähig mit Faszientraining. Du wirst flexibler und unterstützt deine Regeneration aktiv. Die X-Roll-Kurse von Newmove bei Fitness First sind genau das Richtige für dich. Newmove – mein Online-Fitnessstudio. Jetzt einfach gratis testen.